Wer in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Stadt, schön spazieren gehen möchte, dem empfehle ich den Weg in Richtung Hegerhof, einem Arabergestüt, denn hier kann man sehr, sehr schön durch die Feldmarkt laufen. Die Feldmarkt unterhalb des Hoyers in Richtung Hegerhof eignet sich besonders gut für Spaziergänge, denn hier ist das Areal relativ eben, man kann also sehr, sehr schön einfach laufen, ist ungestört. Es gibt Parkplätze beim Herkulesmarkt, die allerdings eine Schranke haben. Es kann also sehr gut sein, dass man hier am Wochenende nicht ideal parken kann, aber hier ist es auch noch besonders zu empfehlen, unterwegs zu sein, weil man hier oft Tiere sieht, also die Nutztiere. Und wenn man Kinder hat und denen die Tiere vom Bauernhof zeigen möchte, muss man also nicht in den Zoo gehen, man kann in Herzberg unterwegs sein und in der Feldmarkt rund um den Hegerhof unterhalb des Hoyers schauen, ob man da Pferde, Kühe, Lamas und andere Tiere zu Gesicht bekommt. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.